ARD Text im Auftrag von Funk Okay, wir haben immer noch ein bisschen frei, das heißt Was so strange about that? It's just that we don't often get young customers like you, Sir The young generation is all about the quick food craze, no? At least that's what they say on TV Ja, mean fast food, I indulge sometimes Didn't know it was some big fad, though Young people always want to try new things and this is fast And this fast food is so trendy nowadays Why did he lick my hand now? Is he ekelhaft My son and all his college friends only eat at fast food places Not proper restaurants like this one But you didn't come here to listen to an old man complain I won't bore you with that anymore Do you mind if I ask you your name? I'm Majima Well, Majima-san I hope you come back to visit us again This could be the beginning of a friendship Yeah, I'll be back I'll be back Äh, yep Okay, wir haben sogar noch ein bisschen Das heißt, ich werde noch etwas anderes da ausprobieren Nom, 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 nom Nom, nom, nom Yes So, was will ich heute? Sashimi Mmm Okori kaiseki Hanari kaiseki Snow crab course Hörr Ja gut, ich bin aber doch voll gegessen Schade Bapau Das nur mit einer Suppe Waaater Was ist das? Stimmt Was ist das? Einladen? Was können wir hier kaufen? Donkishotte Ok, was haben sie? Äh... Ich glaube das reicht Ich kann mal 5 nehmen Eke, Wippe und Mento Okay, haben wir da nicht Abilities 15 15 15 2 Ability acquired So mal hier Okay Oh, völlig Ja Ah, meine Haare Ah 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 So geht's Okay So Oh Oh Was mit dir? Packet issues, okay So, dann will ich ja mal ganz kurz spiechern Seifu Seifu Majima Was mit dir? Und wieder pocket issues Okay, pretend die auch was anderes Warte mal, was haben wir denn hier noch? Äh, sotanbari Oh 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 yeah Oh yeah, ich will mit ihm auch mal tanzen Ich will mit ihm auch mal tanzen Sehr geil Das war richtig, richtig schwer am Sonntag Okay Okay, das sieht von innen genauso aus wie das andere Das ist sogar der gleiche DJ Okay Okay, aber mit ihm haben wir es noch nicht gemacht Ich bin sehr gespannt Er wird wahrscheinlich genau das gleiche sein Dance Solo Oh Okay, wir haben Ich will einmal normal probieren Das kann nur scheiße werden Oh mein Gott Das kann nur scheiße werden Oh mein Gott Also Ich bin sehr schön Ich bin ganz knapp Ihr habt alles Das ist sehr schön Wettbewerbs 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 Das ist sehr schön Wettbewerbs 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 Das war's. Oh Gott, das war ja mal richtig schlecht. Nicht wieder ein Dance Battle. Ich habe keine Ahnung, ob man mit ihm auch Dance Battle machen kann. Auf jeden Fall haben wir dieselben Erfolge, die wir schon mit Dingens hatten. Mit Kiryu auch hier. Nee, ich glaube, mit ihm kann man hier keine Dance Battle machen, jedenfalls noch nicht. Die Minispiele sind halt immer die gleichen, egal ob du Kiryu oder ihn hier spielst. Puh, Glück gehabt. Ach, Cassis ist nicht Klassik. Nee, aber so wie es aussieht, ist hier gerade nicht so viel groß. Er liebt den DJ. Oder so ähnlich. Oh Gott, wie tief bin ich gesunken. Okay, was haben wir hier noch? Was bist du? Casino. Achso, ja, da waren wir ja schon mal. Was haben wir hier? Das weiß ich noch nicht. Gehe ich da mal hin? Achso, das ist der Shogi-Spieler. Nein, ich will jetzt kein Shogi spielen. Ich kann keinen Shogi mehr. Was haben wir hier noch? Da müssen wir hin. Was haben wir da? Da können wir nochmal Karaoke singen. Ich will wissen, ob wir einen neuen Song haben. Also zum Tanzen hatten wir jetzt nichts Neues. Wo komme ich denn da hin? Okay, da und dann die zweite. Oh mein Gott, wo die? Oh. Buppe 1. Oh, ich hab bauch. Ich hab nicht die ganze Person im Internet. Ich hab nicht die ganze Person im Internet. Ich hab nicht die Person im Internet. Ich hab nicht die Person im Internet. Äh, da ist das, ne? Hey. Spiker. Spiker. Da hast du einen irren Blick drauf, ne? Ich find, der guckt immer so komisch. Ey, ey, ey. Ach, komm schon. Ach, Junge. Oh Gott, was mach ich denn mit ihm hier? Das war richtig schlecht. Oh, lass mich doch mal durch da. Ich will nur gucken, ob es was Neues zum Singen gibt. Okay. Karaoke. Oh, papapapau. Sing solo. Gibt's was Neues? Nee, gibt's nicht. Aber wir machen hier mal ein bisschen mehr Punkte, ne? Das ist halt richtig krass, J-pop, ne? Gibt's. Ja. Ja. Oh, ich bin überhaupt nicht drin. B впällt mir über das Zebbrücher. Oh, ich bin ich aber Focus. Und doch einfach mal hier. Oh, Mann. Oh, Mann. Oder? Es sieht so bescheuert aus mit der Augenklappe. Es sieht so bescheuert aus. War schlecht, oder? 83. Naja, geht zu, ne? So, liebe Freunde, wir sind trotzdem Karaoke Pro. Aber keine neuen Lieder, leider. Leider, leider. Irgendwie will heute das Licht nicht so, wie ich will. Das ist doof. Oh, ja, 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 ja. Bikeru. Outro Schön mit dem Baseball-Schläger. Ey, das geht heute gar nicht. Was ist denn das? Warte mal, warte mal, warte mal. Das triggert mich gerade mit dem Licht. Das triggert mich. Wenn ich das so mache, dann passt das. Dann kann ich hier ein bisschen noch runtergehen. Oh ja. So. So ist gut. Wo kann ich das noch ein bisschen... So. Viel besser. Viel, viel besser. Viel besser. So. Vielen Dank.